Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Wir nehmen noch eine Zeit damit. Und jetzt lang zu gehen. Das Albstift ist eine Senioreneinrichtung, in der im Moment so um die 200 Menschen leben. Ja, und du wieder anhaltest. Ja, das stimmt. Ja. So. Wir haben einen Wohnstift, wir haben ein Pflegehaus, wir haben eine große Tagesbetreuung. Im Wohnstift wohnen die Bewohner sehr selbstständig, können sich selbst versorgen, können natürlich Leistungen von uns in Anspruch nehmen. Im Pflegehaus ist so inklusive Versorgung, wo die Bewohner, egal nach was für einer Pflegestufe, so gepflegt werden, wie sie es individuell brauchen und auch sehr selbstbestimmt. Das steht gut, prima. Für mich persönlich bedeutet es freies, kreatives Arbeiten. Wir sind ein sehr innovatives, sehr modernes Haus. Wir sind eigentlich immer führend mit dabei bei irgendwelchen Projekten, bei Dingen, was es so neu in der Pflege, in der Altenpflege gibt. Das ist für mich eigentlich so ein Punkt, wo ich sage, man kann sich immer weiterentwickeln. Man kann auch stets was ausprobieren, was Neues machen. Das macht es für mich eigentlich aus. Es ist ein sehr, sehr schöner, kreativer, spannender Job und jeder Tag bietet etwas Neues. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.